Es ist an der Zeit, dass wir uns mal das Teambuilding in Weathering Waves anschauen. Mit diesem Video möchte ich euch etwas an die Hand geben, womit ihr euer Roster perfekt identifizieren könnt und halt auch wirklich einen Charakter identifizieren könnt, in welcher Rolle man diesen am besten spielen kann und welche Charaktere ihr miteinander kombinieren könnt. Wichtig zu sagen ist wirklich, hier geht es um die klassische Ansicht des Teambuildings, deswegen halt in Klammern dieses Classic. Es geht hier jetzt nicht um irgendwelche super wilden Swap-Comps oder irgendwelche Comps, wo man halt irgendwie mit drei Damage-Dealern spielt, die sich vielleicht in Zukunft herauskristallisieren, wie auch immer. Es geht wirklich um das super simpelste und klassischste Teambuilding, wie man es eigentlich nur machen kann. Das ist wahrscheinlich das aufwendigste Weathering Waves-Video, was ich bisher produziert habe. Von daher, wenn es euch gefallen sollte, ich würde mich riesig über einen Daumen nach oben freuen, indem ihr das dann darüber zeigen könnt, dass euch das Video wirklich gefallen hat, weil das die maximale Anerkennung für mich wäre. Ansonsten, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann nicht vergessen auch dann zu abonnieren. Sollte es dir gefallen und vor allem halt auch helfen. Und lass auch gerne einen Kommentar da. Bevor wir nun komplett in die Materie einsteigen, ganz kurz vorweg. Aus meiner Sicht steht der Spaß immer über Meta. Also genau der Hinweis, der unten rechts steht. Dementsprechend spiel das, was dir Spaß macht. Fühl dich niemals gezwungen, einen Charakter zu pullen, nur weil der jetzt ultra stark ist, aber eigentlich macht er dir überhaupt keinen Spaß. Du wirst dann auf Dauer wirklich den Spaß an dem Game verlieren und dich eher ärgern, dass du dann einen Charakter gepullt hast. Also ganz wichtig, wirklich Spaß immer im Vordergrund. Und als zweites, beziehungsweise halt bevor man jetzt einsteigt, die wichtigste Fragestellung. Wo ist gutes Teambuilding überhaupt notwendig in dem Spiel? Muss man da wirklich so viel Wert drauflegen? Und aus meiner Sicht gibt es halt zwei Spielmodi, wo es definitiv Sinn macht, ein vernünftiges Teambuilding zu haben, weil man dadurch halt einfach leichter durchkommt. Es wird im Endgame wahrscheinlich weniger relevant werden, wenn wir halt komplett super OP-Charaktere haben oder halt auch sehr, sehr gute Echos und so weiter. Das wissen wir aber halt noch nicht genau. Dementsprechend ist in der Phase, in der wir aktuell stecken im Spiel, ein gutes Teambuilding in den Spielmodi Turm der Widrigkeiten oder halt bei den Hologrammen, wenn man gegen die kämpft, definitiv von Vorteil. Ja, es gibt Leute, die klären Hologramme solo mit einem Charakter. Das ist natürlich auch alles möglich. Aber wie gesagt, das hier soll ein Casual-Einsteiger-Guide sein. Und dementsprechend sind das die beiden Spielmodi, wo man ein gutes benötigt. In der Open World ist es komplett egal, mit wem ihr rumrennt. Ihr könnt euch jederzeit heilen an irgendwelchen Türmen und so weiter. Und die Tiefen des Illusorischen Reichs, da kann man halt nur mit einem Charakter reingehen. Das heißt, da macht Teambuilding sowieso keinen Sinn. Wenn wir nun über Teambuilding sprechen, gilt es ja erstmal herauszufinden, okay, welche Rollen gibt es eigentlich in einem Team, die es irgendwie gilt zu befüllen oder auszufüllen. Und da gibt es halt drei Rollen, in die man aktuell im Weather and Wave so die Charaktere einteilt. Und zwar ist es halt einmal die klassische Rolle des DPS, also der Damage-Dealer, der Charakter, der hauptsächlich für den Schaden im Team zuständig ist. Es gibt die Hybrid-Rolle. Das ist sehr, sehr oft eine Mischung aus dem Charakter, der sowohl Schaden machen kann, aber halt auch buffen oder vielleicht heilen kann. Solche Dinge. Und die Support-Rolle. Support halt könnte man auch als Sustain bezeichnen, also der Charakter oder die Rolle, die dafür sorgt, dass die Team-Member am Leben bleiben. Also sehr viel Heilung kommt hierher, Schilde kommen daher, also einfach die Überlebensfähigkeiten zu steigern des Teams. Wie wir ja bekanntlich wissen, steht an den Charakteren keine Rollenbezeichnung da. Da steht nicht, ob Culture-Roll als Beispiel ein Damage-Dealer oder ein Heiler ist oder wie auch immer. Man muss es halt so ein bisschen selber herausfinden, indem man sich in die einzelnen Kits der Charaktere halt reinliest. Und an sich kann man halt folgende Fragen für sich halt persönlich beantworten, um Charaktere irgendwie einzugliedern. Sehr, sehr typisch sind halt wirklich Fragen wie, kann ein Charakter heilen? Kann ein Charakter halt ein Schild geben? Welchen Effekt hat vor allem die Outro-Fähigkeit? Die Outro-Fähigkeit ist in Weathering Waves sehr, sehr, sehr essentiell. Und dazu kommen wir noch im weiteren Verlauf dieses Videos, welche es da so gibt und warum die eigentlich so wichtig sind. Und an sich finde ich, ist die Outro-Fähigkeit wirklich so mit das wichtigste Element, um zu erkennen, kann ich den irgendwie als Supporter sehr, sehr gut spielen, den Charakter, oder ist es mehr so ein Damage-Dealer und so weiter? Also Outro-Fähigkeit sehr, sehr wichtig, auch in Zukunft da immer wieder drauf zu gucken, bei neuen Charakteren, was bringen die eigentlich mit sich? Und Punkt Nummer 4, muss halt ein Charakter auf dem Feld stehen, um Schaden auszuteilen. Auch das ist so ein bisschen die Definition von einem Main-Carry oder halt einem DPS-Charakter. In der Regel müssen sie auf dem Feld stehen, damit sie Schaden austeilen können. Es gibt natürlich Charaktere, die müssen nicht auf dem Feld sein. Dementsprechend kann man diese sehr, sehr gut als Hybrid spielen, weil sie halt Damage austeilen, während sie nicht auf dem Feld stehen und dafür dann der DPS, der auf dem Feld stehen muss, supported wird noch mit extra Schaden. Wenn wir diese Fragestellung, diese 4, einfach mal nehmen und die auf ein paar Charaktere anwenden, dann kriegen wir folgende Antworten. Als Beispiel für einen DPS habe ich mir jetzt einfach mal den Chaos-Rover genommen und dort werden ja diese Fragen wie folgt beantwortet. Kann der Chaos-Rover heilen? Nein, kann er nicht. Also ist schon mal kein Heiler. Kann er Schilde geben? Nein, kann er auch nicht. Also ist auch schon mal kein Schielder. Dementsprechend wisst ihr von vornherein, okay, der wird eher kein Supporter oder halt Sustain-Charakter sein. Welchen Effekt hat Chaos-Rovers Outro-Fähigkeit? Ist da vielleicht irgendwo ein Buff versteckt, den man nutzen kann, um andere Charaktere zu supporten? In dem Fall tatsächlich nicht, denn diese macht einfach nur Schaden. Es ist kein Buff. Und zu guter Letzt muss der Chaos-Rover auf dem Feld stehen, um Schaden auszuteilen? Ja, muss der. Keinerlei Fähigkeiten und so weiter, die halt irgendwie wirksam sind, während man halt nicht auf dem Feld ist. Außer halt in dem Fall die Outro-Fähigkeit. Das alleine reicht natürlich nicht aus, um den Chaos-Rover als Support-Unit irgendwie zu klassifizieren oder halt als Hybrid. Dementsprechend haben wir hier ein klassisches Beispiel eines DPS-Charakters. Schauen wir uns ein Beispiel für einen Hybrid-Charakter an. Und da bietet sich natürlich Yin-Lin an als neuster Charakter in der Liste der Spielbahnen in Weathering. Also kann Yin-Lin heilen? Nein, kann sie nicht. Sie kann auch keine Schilde geben. Also ist schon mal kein Supporter oder halt Sustain-Char. Welchen Effekt hat Yin-Lins Outro-Fähigkeit? Sie bufft den eingewechselten Charakter, wie wir ja wissen, mit Elektroschaden und mit Schaden für die Resonanzbefreiung. Also haben wir hier schon mal eine Buff-Fähigkeit durch Yin-Lin. Und muss Yin-Lin auf dem Feld stehen, um Schaden auszuteilen? Nein, nein, muss sie nicht. Das wäre also die klassische Definition eines Hybrid-Charakters, eines Damage-Supporters, der wirklich reinkommt, sein Ding macht, ausgewechselt wird, dabei den Main-Carry nochmal um Damage bufft und während der Charakter nicht auf dem Feld steht, noch extra Schaden austeilt, um den Damage-Dealer zu supporten, um dem Team zu helfen beim DPS. Also Yin-Lin ist da definitiv prädestiniert für. Als nächstes ein Beispiel für einen Support-Charakter. Da habe ich mich für Baiji entschieden. Kann Baiji heilen? Ja, mit den meisten Fähigkeiten sogar. Also es ist nicht nur eine Fähigkeit, sondern fast alle Fähigkeiten von Baiji sorgen irgendwie dafür, dass dem Team LP wiederhergestellt werden. Ein Schild kann sie zwar nicht geben, aber nichtsdestotrotz ist alleine durch die Heilung, die sie hier leisten kann, eigentlich ihre Rolle schon vordefiniert. Ansonsten ihre Outro-Fähigkeit, sie bufft den eingewechselten Charakter und heilt ihn sogar. Und muss Baiji auf dem Feld stehen, um Schaden auszuteilen? Nein, muss sie nicht. Denn ihre Old kann auch noch Schaden austeilen, während sie halt nicht auf dem Feld ist. Bei einem Heiler ist der Schaden aber eher irrelevant oder halt nur zweitrangig. Aber hier hätte man halt sehr schnell herausgefunden, okay, Baiji ist ganz klar als Supporterin einzugliedern. Nun kennt ihr so das Konstrukt der drei Rollen, die es so in Weathering Waves gibt, dadurch, dass das Team ja auch aus drei Charakteren nur bestehen kann. Und hoffentlich wisst ihr jetzt, worauf ihr achten müsst, um zu identifizieren, zu welcher Rolle ein Charakter gehört. Es kommen aber noch ein paar Dinge dazu, die euch hoffentlich noch weiter dabei unterstützen. Ganz besonders, wenn es um Hybrid-Charaktere geht. Wenn ihr nun euren Main-DPS herausgefunden habt, dann wollt ihr diesen jetzt ja so gut es geht supporten. Also ist natürlich die Frage, den passenden Hybrid herauszufinden, der zu meinem Main-Carry, meinem Main-DPS passt. Und dafür gibt es ebenfalls weitere Punkte, um das wieder zu identifizieren. Also erstmal geht es darum, die Haupt-Damage-Quelle des Main-DPS zu identifizieren. Sind das Standard-Angriffe? Sind das schwere Angriffe? Sind es Resonanz-Skills? Oder ist es die Resonanz-Befreiung? Also die Ult? Dann ist natürlich wichtig, den Element des Main-Charakters zu identifizieren. Das ist in der Regel sehr, sehr einfach. Und das Hauptattribut für die Skalierung eines Charakters zu identifizieren. Damit ihr überhaupt wisst, mit welchem Hauptattribut skalieren seine Fähigkeiten, damit er damit Schaden machen kann. Und dann gibt es halt drei Möglichkeiten. Das kann sowohl Angriff, Verteidigung oder halt Lebenspunkte sein. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr das findet, dann müsst ihr halt in die Fähigkeiten eines Charakters gehen. Ihr öffnet die Details einer Fähigkeit. Und da steht dann, ob es Verteidigung oder Lebenspunkte ist. Bei Angriff steht es leider nicht da. Das ist hoffentlich nur ein Bug. Ich hoffe, das wird in Zukunft noch kommen. Aber überall, wo nichts dran steht, wo einfach nur eine prozentuale Zahl dran steht, könnt ihr davon ausgehen, dass es Angriff ist, auf den der Damage skaliert. Bei allen anderen Charakteren, schaut euch einfach mal Tauchi an oder schaut euch mal bei Baiji etwas an. Da steht ganz genau dran, ob es Verteidigung ist oder halt LP für Lebenspunkte. Also das ganz wichtig herauszufinden, damit ihr überhaupt wisst, was muss ich buffen, damit mein Damage-Dealer mehr Schaden macht. Wenn ihr das nun alles herausgefunden habt über euren Main-Damage-Dealer, dann kommt jetzt fast schon das Wichtigste, um den passenden Hybrid-Charakter für euren Main-DPS herauszufinden. Und zwar ist es die Autofähigkeit. Ich habe euch hier mal alle Autofähigkeiten aufgeführt, die aktuell im Spiel existieren und ihre Effekte. Also die Autofähigkeiten, die wirklich für Buffs sorgen. Für den Charakter, der halt eingewechselt wird. Wenn ihr nun herausgefunden habt, dass euer Main-Carry den meisten Schaden über schwere Angriffe macht, dann ist zum Beispiel jemand wie Mortify euer Mann. Dann solltet ihr ihn einfach mit ins Team nehmen, weil er dann, egal ob jetzt alles andere passt oder nicht, er alleine schon mit seiner Autofähigkeit euren Main-Carry supporten kann. Wenn es zum Beispiel so was ist wie leichte Angriffe, beziehungsweise halt die Standardangriffe, dann ist Sanua zum Beispiel sehr, sehr gut, weil sie 38% Standardangriff-Schaden bufft. Ein Charakter wie Dungeon kann 23% Chaos-Damage buffen. Ihr seht also, dass die Autofertigkeiten sofort zu einer Schadenssteigerung im Team sorgen können, wenn ihr sie vernünftig einsetzt. Bei Yin-Lin sehen wir sogar ein sehr gutes Beispiel für die Zukunft, wie es mit Weathering Waves und den Hybrid-Charakteren weitergehen wird, denn die Buffs scheinen immer krasser zu werden. Bei Yin-Lin haben wir nämlich schon einen Doppel-Buff als allerersten Charakter aus einem Event-Banner. Da haben wir nämlich Elektro- und Resonanz-Befreiungs-Damage-Buff, wo zum Beispiel das hier bisher nur bei Yan-Chin mit drauf war, mit 38% allerdings. Hier bleibt es definitiv abzuwarten, welche Outro-Buffs die ganzen Hybrid-Charakteren in Zukunft noch kriegen werden, die neu ins Spiel kommen werden. Nun, da wir alle drei Rollen kennen, nun, da wir wissen, welche Outro-Buffs es überhaupt gibt im Spiel, habe ich euch mal den, ich nenne ihn jetzt einfach mal den Werkzeugkasten hingepackt. Und nun geht es eigentlich darum, drei passende Werkzeuge zusammenzulegen, aus den Spalten DPS, Hybrid und halt Support. Ich habe euch hier noch ein paar extra Markierungen zugefügt. Die Sterne, Outro-Skill, starker Buff, das sind halt einfach die Charaktere nochmal von der vorherigen Folie, die wirklich starke Buffs mit sich bringen. Das heißt, in der Regel habt ihr irgendwie einen von denen schon mit im Team. Das sind aktuell mit die stärksten Hybrid-Charaktere, die ihr eigentlich spielen könnt, abhängig davon, welchen Main-DPS ihr spielt. Dann gibt es halt die Allrounder, ich nenne sie jetzt einfach mal so, und zwar Yuan Wu, Yang Yang und den Rover Spectro, die halt mit ihren Outro-Fähigkeiten nicht direkt etwas buffen, sondern zum Beispiel in Yang Yangs Fall sorgt sie dafür, dass der eingewechselte Charakter sehr, sehr viel Resonanz-Befreiungs-Energie bekommt, um schneller an die ultimative Fertigkeit anzukommen. Das kann natürlich auch sehr hilfreich sein, bitte nicht falsch verstehen, und kann auch zu Schadenssteigerungen führen. Definitiv nicht verkehrt, also nicht direkt ignorieren. Beim Rover Spectro ist es ja so, dass die Gegner verlangsamt werden und Yuan Wu sorgt dafür, dass die Leiste der Gegner für die, also diese Bruchleiste, dass die halt schneller runtergeht, weil er da sehr viel Schaden macht, wenn er halt seinen Outro-Skill einsetzt. Also an sich keine spezifischen Buffs, von denen nur wirklich ein oder zwei Charaktere profitieren, sondern an sich könnt ihr die in jedes Team schmeißen, und die Fähigkeit wirkt halt immer. Euch ist Dungeon vielleicht schon aufgefallen, dass ich sie hier im Hybrid-Tier drin habe, und jetzt nicht bei den DPS, beziehungsweise in den DPS nur ausgegraut. Für mich ist sie, ja, ist sie schon eher ein Hybrid aufgrund ihres Outro-Buffs, weil sie zum Beispiel den Chaos-Rover und in Zukunft andere Chaos-Charaktere schon sehr stark buffen kann, aber natürlich kann man sie auch als Main-DPS spielen. Grundsätzlich zur ganzen Auflistung, die ihr hier seht, das ist keine Tierliste, die Reihenfolge, wie die Charaktere hier aufgelistet sind, spielt überhaupt keine Rolle. Nun kommt eine weitere Dimension mit hinzu, die man beim Teambuilding auf jeden Fall berücksichtigen kann, vielleicht sogar muss in Zukunft. Und zwar sind das die Resonanzketten, im Englischen werden sie halt immer mit S bezeichnet, für Sequence, dementsprechend bleiben wir einfach mal dabei, damit wir niemanden verwirren. Ihr seht, ich habe alle Charaktere hier einmal ausgegraut, um den Fokus wirklich einmal auf den Rover-Spektro und auf Yuan Wu zu richten, denn diese beiden Charaktere bekommen mit ihrer jeweiligen S4 eine Support-Fähigkeit, beziehungsweise halt eine Sustain-Fähigkeit, mit denen sie dafür sorgen können, dass das Team am Leben bleibt. Der Rover kann plötzlich heilen, nachdem man die Ult eingesetzt hat und Yuan Wu gibt dem ganzen Team sogar einen Schild. Das sind natürlich Dinge, die man berücksichtigen kann beim Teambuilding, wo es dann plötzlich heißt, okay, ich muss gar nicht mehr unbedingt Verina, Yan Shin oder halt Baiji spielen, sondern eventuell spiele ich einfach den Spectro-Rover oder halt Yuan Wu, egal in welchem Content jetzt erstmal. Also ignoriert die Resonanzketten nicht, denn die können dafür sorgen, dass sich euer ganzes Teambuilding vielleicht ein bisschen verändert, wenn ihr diese halt freischaltet. Und da geht es halt auch noch mal ein bisschen weiter. Ich habe euch jetzt mal alle Charaktere markiert, die mit ihren Resonanzketten sogar noch irgendwie Damaged Buffs dazu bekommen, die fürs gesamte Team wirken. Viele der Forster-Charaktere, wie zum Beispiel Sanua, Dungeon, Mortify, Yangyang, kriegen mit ihrer S6 einen Angriffs-Buff fürs gesamte Team. Das kann am Ende des Tages ebenfalls darüber entscheiden, ob ihr nun jetzt diesen Charakter spielt oder dann doch einen anderen, wenn ihr diese Sequenz halt schon freigeschaltet habt. Einen Angriffs-Buff bietet auch YinLin mit ihrer S4, was eher utopisch ist und sogar einen Spectro-Damage-Buff bekommt man von Verina mit ihrer S4, was eher realistisch ist, weil wenn man das Game jahrelang spielt, kann man hier und da mal eine 50-50 verlieren und dadurch halt eine Verina bekommen. Eine Baigie könnte in Zukunft sehr interessant sein für, wirklich für Ice-Damage-Dealer, weil sie auf S4 einen Glastio-Damage-Buff gibt. Sollte sie vielleicht dann eher als Heilerin in einem Glastio-Team gespielt werden? Eventuell, ich weiß es natürlich nicht. Und der Spectro-Rover könnte eventuell in Zukunft, dadurch, dass er ja auch mit der S4 heilt, für einen Spectro-Damage-Dealer irgendwie eine interessante Komponente sein, egal ob als Hybrid oder vielleicht wirklich als Supporter, also als Heiler im Team. Denn mit der S6 kommt nochmal ein Spectro-Res-Shred dazu. Das heißt, man sorgt dafür, dass der Spectro-Widerstand des Gegners reduziert wird, sodass der Spectro-Main-Damage-Dealer im Team einfach mehr Schaden machen kann. Also die Resonanz-Kenten bringen nochmal sehr viel Variation mit rein und können wirklich etwas verändern, wie und ob man einen Charakter dann doch mit ins Team reinnimmt, weil er einen Mehrwert für den Damage-Dealer bietet. Wenn ihr euch also nun aus den drei Spalten einmal bedient und jeweils einen Charakter rauspickt, dann habt ihr ein klassisches Main-Carry-Team, was sehr, sehr gut aktuell noch funktioniert im Spiel. Wer weiß, wie sich das Game entwickelt, was für Team-Coms man später spielen wird. Aber ich würde sagen, grundsätzlich könnt ihr damit aktuell überhaupt nichts falsch machen und es wirklich so die klassischste Art und Weise, ein Team aufzubauen. Ich habe euch hier ein paar Beispiele aufgezeigt. Wenn ihr einen Jan besitzt, wir wissen, er macht hauptsächlich schwere Angriffe. Er ist vom Aero-Element und er skaliert auf Angriff. Dann nimmt er ihn aus der ersten Spalte. Aus der zweiten Spalte nehmt ihr jemanden wie Mortethy, wo seine Autoskill schwere Angriffe bufft. Wir haben es eben schon thematisiert. Auf S6 würde er sogar nochmal den Angriff des Teams buffen. Angriff braut Jan, also perfekt. Ein Alto würde auch funktionieren, wenn ihr ihn halt zum Beispiel nicht besitzt oder ihn total blöd findet, weil Alto mit seinem Autoskill halt Aero-Schaden bufft. Auch hier Aero, okay, Daumen nach oben, das funktioniert. Und bei Verina, Jan, oder bei Xi bieten alle irgendwas, was diesem Team hier weiterhelfen würde. Wenn wir weitergehen, wir können dieses Spiel die ganze Zeit weiterspielen. Kaltcharo, Standardangriffe, Elektro, Resonanzbefreiung, Angriffskalierung. Wir wissen, Yinlin bufft sowohl Elektro als auch Resonanzbefreiung. Das passt. Sanua, Top-Supporter für Kaltcharo. Haben einige vielleicht nicht auf dem Schirm. Sie supportet ihn maximal mit Standardangriffs-Buff, also auch hier sehr, sehr stark. Ich habe hier einfach mal die in Farbe gelassen, wo ich der Meinung bin, dass sie die stärkere Alternative sind. Auch hier von den Heilern könnt ihr spielen, wen ihr wollt aktuell noch. Auch wenn natürlich zum Beispiel Verina da schon sehr, sehr gut ist, ist es überhaupt nicht schlimm, wenn ihr eine der anderen spielt. Wenn es mehr Spaß macht, warum nicht? Chaos Rover, Standardangriffe, Angriffskalierung. Dungeon bietet sich an, wegen dem Chaos-Buff. Ihr bufft die Resonanzbefreiung, also die Ult vom Chaos-Rover. Ihr bufft den Resonanz-Skill. Also alles irgendwie durch die Bank weg vom Chaos-Rover wird halt dadurch einfach stärker und auch der Echo-Skill wird dadurch verstärkt. Ansonsten auch hier, schmeißt Sanua mit ins Team, die Standardangriffe werden gebufft und sobald der Chaos-Rover in seinen Damage-Modus geht, wird ordentlich Damage ausgeteilt. Von der Rotation her ist es natürlich einfach von rechts nach links einmal durch. Ihr wechselt vom Heiler in der Regel eher auf den Hybrid, macht dort alle Fähigkeiten, sorgt dafür, dass eure Outro-Leiste voll ist vor dem Auswechseln und dann wechselt ihr vom Hybrid zum Main-Damage-Dealer, um den Outro-Buff halt mitzugeben. Also wechselt mit einer vollen Outro-Leiste vom Hybrid eher nicht zum Heiler, weil dadurch macht ihr eure Combo kaputt und der Outro-Buff ist dann erstmal weg beziehungsweise klebt halt auf dem Heiler und wirkt ja nicht für das ganze Team, sondern nur für den Charakter, den ihr einwechselt und dementsprechend hat der grüne Pfeil von rechts nach links, damit ihr diese Rotation einmal einhaltet. Und was halt super easy dann zu bauen ist in dieser Standard-Hyper-Carry-Team-Komposition ist halt wirklich, ihr gebt eurem Heiler das Heiler-Set, was einfach Angriff bufft, weil die meisten Damage-Dealer aktuell noch auf Angriff skalieren. Ich bin gespannt, welche Sets wir in Zukunft bekommen, um zum Beispiel einen Damage-Dealer zu buffen, die auf LP oder Verteidigung skalieren oder irgendwelche anderen Stats und das Mondlicht-Wolken-Set einfach auf eurem Hybrid spielen, denn dadurch bufft ihr nochmal immens viel Angriff, wie gesagt, die meisten skalieren auf Angriff, wenn ihr mit einem aktiven Outro-Skill vom Hybrid zum Damage-Dealer wechselt. Also das ist wirklich so die klassischste Art und Weise, wie ihr bauen könnt. Also ich wiederhole es immer wieder gern, weil das simpel ist zu bauen, simpel ist zu verstehen, simpel ist durchzuführen und man sich dabei nicht die Finger bricht. Wenn wir uns die weiteren Damage-Dealer angucken, natürlich haben wir dann auch eine Angkor, ebenfalls Standardangriffe, Fusionsschaden, Angriffskalierung, passt Sanua fantastisch. In Zukunft wahrscheinlich dann eher Changli, deswegen habe ich sie hier einfach schon mal mit reingeschmissen, falls ihr Angkor Main seid. Ansonsten ist Sanua aktuell einfach fantastisch mit ihr. Genauso Sanua bei Lingyang mit Standardangriffe, Glastio Damage. Hier kann zum Beispiel bei Ji interessant sein, mit ihrer S4, weil sie Glastio Damage bufft. Ja, falls ihr Lingyang Main seid, vielleicht bringt euch das einen guten Damage-Buff, vielleicht besser als Verina, vielleicht habt ihr Verina noch nicht mal, denkt drüber nach. Und bei Shishia, eigentlich ähnlich wie bei Angkor, ihr könnt sie gut mit Taoichi spielen, weil Taoichi bufft Resonanz-Skill-Schaden und das macht Shishia wirklich sehr, sehr viel mit ihrem Dauerfeuer. Also da kann sie sehr stark von profitieren, ansonsten in Zukunft halt eine Changli und halt einen der Heiler. Und hier eigentlich genau dieselbe Rotation, also wirklich diese Standard-Hyper-Carry-Rotation. Zu guter Letzt, wir hatten das Thema ja schon, dass man Dungeon an sich ja auch als Damage-Skill drin spielen kann, also auch hier einfach nur nochmal eine Idee, wie so ein Team aussehen könnte, um halt wirklich am Optimum sich zu bewegen. Wie gesagt, hier geht es um den Turm und es geht um Hologramme. Open World, spielt einfach, was ihr wollt. Tatsächlich ist es sehr, sehr wichtig für euch einfach nachzuvollziehen, warum werden gewisse Teams in Guides auch vorgeschlagen und so weiter. Ich denke, das wird euch wirklich helfen, im Spiel noch mehr Spaß zu haben, wenn ihr wirklich versteht, warum muss ich denn Yian mit Mortify irgendwie anpassen oder vielleicht habt ihr bisher noch nie richtig verstanden, was eigentlich die Autofähigkeit bewirkt oder wann sie eigentlich getriggert wird. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig und sobald ihr das alles verändern nicht habt, werdet ihr definitiv mehr Schaden machen. Zu guter Letzt brauche ich eigentlich nur noch sagen, nicht vergessen, Spaß über Meta, Leute und dann verabschiede ich mich einfach mit der alles entscheidenden Frage. Do you wanna follow Baby Do you wanna follow Come with me Do you wanna follow